ich hoffe es wuxit und willkommen damit zurück nach einer ewigkeit zu einer weiteren frisch aufgenommenen von let's play pokemon smaragd ich muss mich beeilen weil ich muss natürlich jetzt fünf folgen aufnehmen noch bevor ich heute fahre heute gegen abend weil ich zu meinen eltern fahrer erst mal keine mal okay ich wünsche trotzdem allen müttern die zugucken und muttertag nachträglich auch wenn das jetzt das video jetzt am freitag kommt der am sonntag war der problem ist mir ging es nicht ganz so gut deswegen habe ich nicht mehr geschafft zum aufnehmen habe uns hochgeladen und ich baller gerade alles was schon vorher fällig war jetzt raus damit ich wieder samstag auf stand 0 bin also quasi das samstag quasi plus minus null ist ich bin noch mal die region gerannt man sieht ich habe ein bisschen gelevelt ich habe irgendwas hier geholt gehabt in alten was ich vergessen hatte jetzt muss ich gucken ob das papa passt also muss ich kurz einstellen was mache ich da ich will eigentlich fliegen leider kann man der edition nicht zu pro kliger wird aber ich glaube die late game story werde ich nicht so machen weil die brauchen wir nicht so dringend ich geile uns mal hier durch war oder oder Das war's für heute. da gibt es ja nun aufbau von der siegerstraße da haben wir ein geschoss okay ja ja das wäre bilder machen ja ja als ob so viel davon gibt muss sagen in popmann gen 4 war es glaube ich übersichtlicher ok dabei siegerstraße auch glaube ich meine irre kurz das der eingang das heißt ich muss den ersten untergeschoss was ich auch gerade geschossen habe das ist aktuell da komme ich runter da komme ich runter da da komme ich dann ich muss zu der leiter und die ist da da komme ich auch nicht weg der leiter muss ich hin ich komme gerade nicht drauf klar wo ich lang muss ich muss zu der leiter dazu muss ich zu der leiter kommen die leiter befindet sich hier ah 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 one thousand iq play 100 million iq play gold 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 nein ich will jetzt nicht kämpfen ich habe habe ich hoffe noch ein bisschen topschutz dabei sind so wäre ein bisschen aufgeschmissen topschutz topschutz schutz haben wir topschutz 20 mal nice ich drück's weg mit alles serviz und ich mit ich los ich habe Ich habe es bisher geschafft und das verdankest du ja. Meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde nie wieder verlieren. Ich werde gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komme ich. Wer sagt, dass ich jetzt kämpfen will? Heiko. Altaria. Oh. Aber übrigens, ich habe zwei Wochen damit ein bisschen verbracht, auch zu trainieren. Weil jetzt wollte ich euch in Level ein bisschen sparen. Ich habe eigentlich immer nur vorne in dem vorderen Bereich trainiert. Ich war eigentlich auch schon überlegen, die Liga-Straße durchzugehen, wenn ich eine Liga anfange, aber ne. Okay. Ja. 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 Naatniton! die musik ist aus gen 3 so geil eigentlich generell pokémon musik immer geil muss sagen roselia da wechsel ich mal auf aber ich probiere es einfach mal mit vier pokémon die liga durch zu machen ja ich gehe mal auf gadoa roselia psychokinese mit vier pokémon dürfen wir reichen deswegen glaube wir müssen ein stück über der pokoliga sein das hat echt zwei wochen also eine woche hat es gedauert zu trainieren die ganzen die 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 und ein zyko attacke und lichtschuldigung aber wie heißt am ende des play werde ich das jetzt sogar schon an weil die verdreht in der letzten folge antizen was als nächstes so kommen wird ich weiß schon was kommen wird die pläne stehen jetzt schon was nach der liga kommt als late game machen wir nicht so weil wir haben das late game late game und dings gehabt in einfach soviel schon und ich meine hat sich nicht wirklich viel getan hat auch ein remake aus das halt sagt die schöne umgabe bloß hat das umgabe in einfach soviel sind größeres late game haben gott war gegen gott war kred bitte schade was ich okay nee ich darfst du kein viel abziehen es gibt heute noch einige punkte spielers plane will nochmal so als ganz zumal klassisches let's play dazu diamant und kreis klasse aber erst mal kommt noch eine sonderedition als nächstes das am topen und mäßigen kommt so viel wird angekündigt wir haben kein blitz ach du heilige ich denke stärker Stärkerät, es war auf der Karte nicht eingezeichnet. Ich muss den Stein in die andere Seite schieben, um den anderen Stein in die andere Seite zu schieben. Das war ein Fehler, oder? Ja, was? Und den Weg wieder zurück, weil wir auch kein Blitz haben. Fall mal, wie soll der Stein wieder hier? Wenn die so schnell resetet? Als ob, du musst eigentlich sonst immer die Höhle verlassen. Ah ja. Ich hoffe, ich habe es mit dem Zahn gefixt bekommen, weil ich habe meine Stimme jetzt ein bisschen runter gedreht und den Sarder für höher gedreht. Ich hatte ja ganz irgendeine Probleme. Deswegen. Weil es war vorher so ziemlich komisch, weil irgendwie meine Stimme hat übersteuert. Musik war viel zu leise. Aeros. Oh. Naja. T-Kraft. Oh. Das zieht. Das zieht deftig. Steifflügel. Ist das Level 68? Nein, noch nicht. Dann war es noch nicht. Ich habe ja gerade wieder mit dem Zahn gefixt. Ich war so auf jeden Fall und ich war so auf jeden Fall. Ich war so auf jeden Fall. Ich war so auf jeden Fall. ich renne falsch der ging nach oben ja ich bin falsch gelaufen ich dachte es wäre easy ist aber nicht der schutz wird nicht mehr ist aber schade ja schon wieder ein trainer 1 8 trainer mit drei punkten richard selbst schweibbar sein ok kampf und nicht meine stein nie was ist das denn bitte für ein pokémon vom typ ok labran als dange ich wechse gleich vorhin das schöne ist ich muss dafür 7 uhr aushalten wegen rauch vorher nicht das lieben sondern bis vier dann könnte ich vielleicht gleich habe ich um sechtern und vielleicht um sechs auch loslaufen oder ich laufe direkt kurzen sonnenaufgang los zu bahn aber ich auch gerade los mit sonnenaufgang das ding ist ich darf nach dem aufnahmen das ganze noch die sammels machen und alles und darf dann pennen gehen tatsächlich weil da habe ich die ehre pennen zu gehen das ist kein doppelkampf hier ist nichts bis hier lang da geht es runter ich werde mal so ein pack sein der körper zum pflanzen oder so dann lache ich denn boden sogar zähl ich prassen tut 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 Die Teufeln Typio's blizzard ich glaube es wird nur noch zwei folgen oder so schätzungsweise wenn wir jetzt schnell durch die liegastrafen durchkommen kommt nur noch die liga das wird das schnellste popen spiel was wir dann durchgespielt hätten weil ich glaube noch kein weniger weniger folgen durchgespielt haben kaskade hoch kaskade runter darüber ich glaube ich hätte über umwege da auch da lang gehen können ich mache da nicht trollo ein bisschen hier hoch gehen irgendwo war ja ich habe kein bock und was kaskade kann dabei oder ich mache da war man eigentlich jeder proben spieler bitte nicht durchdrehen aber ich muss es tun also ich habe einfach zugegeben die tete doch wir haben dann dabei also ich wollte schon sagen hoch da nur aufpassen wo wir lang gehen sind wir auf der mittleren Ebene jetzt sind wir eigentlich genau auf der Ebene auf der wir rauskommen müssen so hier wir müssen jetzt hier hoch fehlen wir im teil der siegerstraße es gibt nur die drei stellen eigentlich warte ich bin jetzt hier hoch wir können nur da hoch kommen andere leider gibt es nicht ich glaube wir stecken auf der Ebene wir müssen dann auf die Ebene hoch ich glaube das hört sich an realistisch an so bieres zum bach lebenbrühe 24 12 15 15 15 23 24 14 23 30 ja müssen wir was ein genius plan wie man ihn durchschaut ja aktuell ist doch nicht okay die straßenlaternen sind an vor allen dingen ohne scheiß war er gestern also am zehnten mal ziemlich war neunten mal ziemlich warm das war ein übel genau das platzpunkt und wer da also nadler leder das sieht das viel erdbeben ich fuhr ein blizzard mit der wassertacke gegen den wassertocke vorgehen das ist nice ja war klar oh man ob er weg und zu brechtere ich lebe 67 weiß ich weiß wir müssen dann vielleicht noch mal schöne ausrüstung holen mach mal kurz ein thumbnail oder ein alternativen samt näher entfernt sich das jetzt okay tauschen mal die beiden aus das war die beiden kämpft lassen das müssen zwar trainer sein oder ja und garduwa und letra king oh gott okay zwei garduwa und kappels zu jokineser auf das oder so zu klopp okay da wird es aber schnell besiegen wechselfeld schockwelle mega sauger schockwelle spezial angegriffen spezial verteidigung steigt auf ich gehe damit gegen und ich gehe mit brauche es aber und ich gehe mit dem ich sage noch mal Nein! What? Ah, it's off. What the heck? ... ... ... ... Das war's für heute. Die Okineser, ohhhh, das seht's, alter, ja, sind besiegt, das ist Karras erste Pop, man, du heiliger, Liedra King, ok, ich werde jetzt die Okineser reinballern, ja, 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 Ich dachte, das ist Pokeliga, hier ist es noch Blablabla City. Yes, it's Pokeliga time. Oh, das können wir verkaufen. aber 20 ich kann da war heiler ich glaube der und ein paar top gesündungen ein paar zehn von den den beleber noch mal sechs hyper tränke dann würde ich sagen danke fürs zusehen wenn es euch gefallen hat über die bewertung von vergesst nicht den kanal zu abonnieren da verpasst auch nichts mehr und der nächste folge ist soweit pokémon die liga die liga steht an bis zum nächsten mal tschau tschau